Wir sind in Richtung Chaam gefahren, ob hier noch Pua Hinn ist oder Chaam, kann ich es auch nicht genau sagen, aber jedenfalls sind wir im Miss Tea, Café & Restaurant. Croissant lese ich dir vor, there is music, music, Kinder, Erwachsenige auch, die noch einmal lesen, Croissant hat sie gemacht, lasst uns überraschen. Fertig gemacht, fertig, fertig, fertig. Oh, hier ist der Tisch. Das fahle ich hier. Direkt an der Beach. Das fahle ich hier. Direkt an der Oberfläche. Das fahle ich hier. Das fahle ich hier. Das fahle ich hier. Ich bin hier. Das ist ein Tee-Pafé in Deutschland. Das fahle ich hier. Das fahle ich hier. Das fahle ich hier. Das fahle ich hier. Das fahle ich hier in Halak. Das fahle ich hier in Halak. Noch ein kleiner Café, gehen wir wieder nach Hause. Hallo, hallo.